Hallo, wie geht's denn so? Ich habe heute vor, mir diesen, naja, jetzt noch einigermaßen relativ schönen Schönling zu bearbeiten, wie es nach mir gefällt. Gut gedeutscht, gut gedeutscht. Ich mache ihn mir heute und schaue mir hier noch die ganzen Attribute, Rüstungen, Ausrüstungen auch und Körpervariationen an, Spezialisierungen. Es gibt hier eine Menge, wie es aussieht, und ich glaube, die schaue ich mir dann vielleicht zum Schluss an, weil jetzt so in Ruhe, naja, das könnte ein bisschen dauern, habe ich das Gefühl. Ich habe 16 Punkte. Und ich kann hier, je nachdem was ich mir auswähle, viele oder wenig machen, zum Beispiel Akrobat, Feuerfest, Freundlichster Störer, Katze, Zäh, Aasgeier, ich habe noch einen übrig. Ich glaube, das mache ich separat lieber. Rüstung mache ich vielleicht lieber separat nachher, aber erst mal kommt unser Charakter an, Körperdick. Dünn. Dick und dünn. Alles klar. Stark. Hautfarbe? Oh. Ja, ich bleib dabei. Ich würde gerne... Ich würde gerne... Äh... Ui. Heilige... Wie ist denn hier... Nichts. Würde ich mir erst mal auswählen. Ach. Okay. Halt, wie viel Ausrüstung gibt es denn denn wohl? Naja, okay. Äh... Deckel, war... Ich sehe so aus, muskulöser als ich in Wirklichkeit auch bin. Äh... Dick würde ich mich nicht bezeichnen. Dünn. Auch nicht, aber auch nicht so. Äh... Ja, gut. So vielleicht, aber mit weniger Muskeln. Das sieht schon eigentlich, äh, kräftig genug aus. Ich glaube... Äh... Ja, so hier. Ja, doch, so geht schon. Okay, das wird der Körper. Das Gesicht. Die Augenfarbe gefällt nicht so schonmal, wie sie ist. Was kann ich hier mal... Oh. Äh... Hier kann ich... ... die Fangen machen, anpassen. Ähm... Okay. Die Nase kann ich mir hier noch anpassen. Ich bin eine alte Hexe. Äh... Ein alter Hexer. Äh... Ich bin eine alte Hexe. Ein alter Hexer. Gerard lässt grüßen. Äh... Oh, Mann. Oh, Mann, 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 Mann. Das sieht so schon überraschend gut aus. Äh... Ähm... Ähm... Die Ohren. Naja, ich weiß ja nicht. Kann ich die Größe machen? Nein. Ach, die Augen. Äh... Kann ich mit den Augen... Ui. It's a trap! Oh. 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 Äh... Ja. Geht eigentlich? Äh... Kann ich hier die Ha... Farbe... Ah, die Stimme. Ja, ich hab mich für die... Äh... Äh... Für die Stimme des Ritters entschieden, weil... Ich finde die irgendwie... Ah, die Stimme. Ich hab mich für die... Äh... Für die Stimme des Ritters entschieden, weil... Ich finde die irgendwie... Belehre, meine Freunde! Es ist ein Ehre, sich einen guten Kombatanten zu finden. Für mich! Ha, 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 ha. Ein guter Gist. Wir137! Wir, die Stimme des Ritters, hier. Ich bin nicht möglich, das zu tun. Auf meine Seite! So. Gesicht. Eilige. Was heißt drauf? Oh. Ah, ja, okay. Ah, ich bleib bei einfach. Alter. Äh, ja. Heiliger Imperator Palpatine, bist du das? Ja, definitiv so, definitiv. Augenfarbe, was gibt es hier so schönes? Oh. So, ja. Haarfarbe. Erstmal brauche ich Haare. Haare. Oh. Haarknoten. Kurz. Mhm, mhm. Oh, oh. Mhm. Aha. Aha. Kurzverschnitt. Nein. Langlocker. Ne. Lang zurückgelegt. Äh. Achja, ähm. Falls sich jemand wundert, dass sich die Textur so, ähm, minderwertig, sag ich mal, aussieht, ich hab die Textur alle, also alles, was ich eigentlich nicht brauche, runtergesetzt, damit es, a, besser läuft und b, äh, damit sich mein Computer nicht in Terminator 2 verwandelt und, äh, in einen flüssigen See sich verschmilzt. Sich verschmilzt? Sich in einen flüssigen See spielst. Ihr wisst, was ich meine. Äh. Oh. Mensch. Ja. Wie die Menschen aus Mundipleiten. Äh. Mittel. Hoch. Ei. Nein. Die Augen. Ah, es geht so. Ähm. Nein. 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 Topschnitt. Wie. Äh. Nein. Ach, Mann. Wo war diese Frisur aus dem, äh, Tutorial? Die fand ich eigentlich ganz gut, war das, die hier. Ja, so gesehen ist die eigentlich am besten. Gut. Ich nehme die. So. Haarfarbe. Jetzt. Oh. So. So. So erinnert mich der Typ hier an John Arc aus, aus Ruby. Kennt das jemand? Ah. Irländer. Schneewittchen. Das hier. Oder? Ja, doch. Ja, doch. Das hier. Ja, doch. Das hier. Bar. Oh. Oh. Es gibt hier noch. Oh. Drei Punkte. Drei Musketiere. Nein. 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 Ähm. Nein. Vielleicht. Nein. 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 Das ist doch kein Schott, oder? Äh. Nein. Stoppeln. Vielleicht. Vielleicht. Unterdippenbart. Hörbar. Hörbar. Die Stoppeln sind... Ach. Komm ich nimmer. Äh. Oh. Ah. Jetzt kommen die Augenbrauen. Dafür muss ich jetzt die Frisur wegmachen. Ah. Ha. Nichts. Nein. Stoppeln bleiben. Augenbrauen. Doch. Die sind die besten. Äh. Ja. Hier. Äh. Was kann ich jetzt hier? Hallo. Hallo? Okay, scheinbar ist das ja ein Bug oder so. Kann ich nur noch den Mund bewegen. Einen Moment. Hallo. Äh. Ja, ich habe das Spiel nochmal neu gestartet. Ich habe das Gesicht hier, ich sag mal, wieder hübsch gemacht und das habe ich jetzt mal nicht aufgenommen, einfach um euch damit nicht zu langweilen. Okay, äh, also, wie, hallo, kann ich den umbenennen? Scheinbar nicht, okay. Ähm. Äh, äh, die Ausrüstung. Kopf, was habe ich denn für den Kopf? Eine Bauernmütze und eine gebrötete Haube. Äh, die sieht einfach besser aus, dann sieht man nichts mit der Frisur. Äh. Oh, ich lasse das erstmal. Äh, äh, ich lasse das erstmal. Äh, 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 noch. Das wird ja ein langes Let's Play, glaube ich, äh, äh, ja, ich bleib bei der gepolsterten Haube. Erhalts. Nichts. Ich könnte das hier... Schwerer Bart. Nein. Nein, okay. Torso. Arbeiterweste. Bounce. Auch das sieht besser aus. Kann ich da auch die... Ach, wie cool. Oh. Das ist ja cool. Oh, die Muster geht auch. Oh. Na gut, das sieht man nicht so sehr, aber... Okay. Schultern. Medaillon. Oh. Gerne. Äh... Arme. Ja, das war eine schwere Auswahl, das hat nicht gerade eine Menge Zeit gekostet und... ich sage mal auf... Und ich sage mal auf... äh... Wiedersehen. Ja. 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 Ja.